Es ist eine Trampe, jemand hat eine Trampe geblieben. Sei vorsichtig, es gibt eine Trampe. Sie sind heute Zeugen nach Freiluftpredigt gegen Mittag zum Tabernagel zurückgekehrt, von weiteren Zivilisten bestätigt. Blutiges Opfer am Zentralschreiben beobachtet eine abgetrennte Hand. Bei näherer Untersuchung von Zeugen das angefügte Schriftlundfragment folgendes Inhalt, Mord soll wieder heilig sein. Anmerkung der Beamtin, danke für euren Bericht, VK, wir konnten die fragliche Hand bisher nicht identifizieren. Wir nehmen jedoch an, dass sie mit anderen aktuellen Ermittlungen im Zusammenhang steht. Eine Faust wird das Tabernagel von nun an observieren. Aber wie komme ich da, Nye? Be careful, there are traps. Opfergaben für Mystera. Gezüchtig durch Göttlichkeit. Durch verstoßen und gereizte Götter verflucht. Wenn sie bewusstlos wird, stirbt sie sofort. Ja gut, das können wir ja wieder wegmachen, ne? Hammer der Gerechten. Amulette andächtigen, du erhältst einen Bonus von plus 2 auf deinen Zauberreinungs-SG. Göttliche Macht fokussieren, besitzen wir uns so weiteres mal nutzen. Äh, Deva? Nur 16? Nur 16? 24? 20? 26? 25? 26? 25? 29? 30? 30? 29? Time to strike. Taking position. Oh, ich kann mich wohl da nicht rühren. Boah. Die. Die. Victory awaits. Ich glaube, die fanden es nicht so geil, dass wir das ausgeräumt haben. Aber ich fand es halt, ich fand es halt schon, ich fand es halt schon geil. Wir haben vorher gespeichert, dann haben wir schon, ob uns jetzt blöd anbelauft. Das sind Engel schicken. Willkommen zurück. Du hast weit gekommen, ich glaube. Wie kann ich... Boah. Boah. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, die fanden es nicht so geil. Ah, ich fühle mich da so gut. Fuck off, Götter, Alter. Fuck off. Das ist nicht ein Krieg. Okay. Lass uns das machen, bitte. Ich... Ich bin verloren. Und dann, wenn ich wieder Mama und Daddy gefunden habe, ... 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 Sie haben eine Verbindung, nicht wahr? Sie sagen, dass Menschen in den Straßen getötet sind. Nein, wir sind nicht wie Sie. Wir können nicht die Menschen auf den Straßen schrauben. Scheiße. Flüchtling. Bist du in die Stadt kommen, Alter? Ehrlicher Kaufmann? Das ist Vettelzeug, naja. Hä? In dem Haus? Bescheid. Werter Herr, der uns bisher im Brief umgeblieben war, eine Vertreter der Handwerksgeld gezwungen, eure Immobilie zu betreten und sie zu inspizieren, dass ihr gegen verschiedene Sicherheitsvorschriften der Stadt verstößt, bis ihr Maßnahmengriffen habt, um Mendels zu beheben, nehmen wir das Haushalt von alten Garlow bekannt immer billig gemäß, statt des Verordnungen wird es vorher irgendwie unbewohnbar erklärt. Ist das euer Scheiß Ernst jetzt? Was? 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 Was war das? Klettere Geräusche? Was war das? Ach, das ist ein Leere. Adriel. Sind das zufällig solche Vetteln? Hey, was geht ab? Ich werde eure Seelen verschlingen. Das freut mich. Deine Haagmutter hat hier keine Kraft! Hinter euch ist eine Vettel her, ich kann euch helfen, ich habe schon mal eine Vettel bekämpft. Ja, komm. Wait! Clyde schmeckt kein Lieb! Dann sprichst du die Wahrheit. Du hast einen Haag vorhin. Alles klar, jeder. Wir haben uns einen Beleid. Entschuldigen Sie die Paranöie. Wir sind durch einen schrecklichen und schrecklichen Haag. Wir haben dich, ihr Minion. Sie hat bereits einen von uns hektiert, und jeder von uns könnte sein. Weil wir durften, um das unmöglich zu machen. Wir durften, um zurückzukommen. Wir sehen uns, alle von uns hier haben fallen victim zu einer Haag's vicious ways. Aber insofern zu schrecklichen Haag, wir haben uns vorhin, dankbar zu Meirene, unser Leiter. Wir haben uns zusammen helfen, wir haben anderen zu helfen, die bei den Haagen von einem Haag gefangen haben. Nur... Meirene hat sich durch den Haag gefeiert, der uns jetzt hektiert. Ich kenne nicht, sie wurde von Tantchen... von Tantchen Ethel gefangen gehalten. Alter, wir sind bis an die Zeilen bewaffnet, wirst du mich verarschen. Okay... Ist sie die Wurupuppe? Warte mal, kann ich einfach den Fluch brechen, zufällig? Wo ist es? Wo ist es? Winkere! 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 Das ist... Das Dragonborn! Das Dragonborn Hex! Das ist wunderschön. Ich wollte ein bisschen länger spielen. Die Auntie hat ihre Toys verbrotet. Sie wird nicht glücklich sein, dass ich meine Hände verbrotet habe. Äh, was? Sag mir, wer ihr seid und zwar sofort. Das ist nicht wichtig. Nur die Auntie macht. Sie wollen die Auntie verbraten. Sie haben das Buch. Ich werde sterben, bevor ich irgendjemand ein Haar auf ihrer Haare lebe. Nein, der Versuch aber hier mit Ende. Kämpfer. Die anderen werde ich in diesem Haus verbraten lassen. Aber du... ... ... ... ... ... ... Sind da noch mehr oder bloß der eine? ... ... ... Der ist so stark, dass er gar nicht aus, außer dass er Blutdurst hat. Da, jetzt erwische ich den nicht. Aber ist das der einzige Gegenwart? Cool, dass ich das Fluchbrechen halt ausgewählt habe. Warte, warum steht der Sack schon wieder? Sorry, aber du brauchst kein Schild oder irgend sowas, den mach mir in der nächsten Runde weg. Und weg mit dir! Ich dachte, die haben wir gekillt? Mein Schatz, Tantchen hat euch ein kleines Geschenk geschickt. Eine Zauberpuppe nur für Mairina. Damit könnt ihr sie und ihre kleinen Spießgesellen erschrecken oder sie abschlachten. Ist mir egal. Hauptsache ihr findet dieses Buch. Mit euch die Lungen rausreißen und sie an eure Brüder verfüttern, alles liebe Tantchen. Der Zombie im Hintergrund steht. Ich war da ein niedliches Schaf. Schön, euch wieder zu erzählen, Marina. Du auch? Ich bin lange weit weg, seit wir uns zu treffen. Ich habe entschieden, dass ich schrecklich und schrecklich fühle mich, schrecklich fühle mich. Ich habe also entschieden, dass ich nicht mehr eine Begründung sein werde. Diese Gruppe ist von Survivoren. Menschen wie ich, die schrecklich sind. Ich bringe sie zusammen, um zurückzukommen. Wir trafen sie in die Stadt. Aber sie verloren verloren. Nachdem sie eine kleine Mädchen hat. Habt ihr etwas mit unserer alten Freundin Ethel zu tun? Ich hoffe nicht. Ich sehe sie genug in meinen Tränen. Nein, Ethel ist tot. Dankeschön. Aber diese ist nicht mehr ein Schmerz. Nachdem ich angefangen habe, die schreckliche Mädchen zu beschäftigen, fühlte ich das Hagen auf mich. Nachdem ich schrecklich und schrecklich auf einen Sturm. Ach so! Sie war nicht die Puppe? Sondern das Talism- äh, sondern das Schaf? Wow. Jetzt checke ich es erst. Es hat ein bisschen gedauert. Ich werde jetzt erst mit der Mutter des Kindes reden. Stab der Unterbrechung. Gegenzauber. Wo ist es denn? Oh, da geht es nochmal weiter. Hallo, geht er hoch? Okay, ist halt gar nichts. Häää. Aber es ist schon cool einfach, was du da alles für Sachen machen kannst. Wir können mit Connor reden. Oh. 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 Okay, kommen. Okay, gehen wir mal rum. 毫ший Dreiden sheep Baldrige dejmark. Warum? Warum würde er Lady Marina verletzen? Marina, ihr müsst euch mehr Mühe geben. Er hat nur so getan, als sei er ihr Freund, das war eine Liste. Lady Marina war kinder zu ihm. Zu uns. Jemand, der mit Lady Marina arbeitet, ist Kleds' Feind. Aber jemand, der hilft sie. Er ist Kleds' Freund. Danke. Okay. Tage mit geprägten Steuern. So, vielleicht Panzer? Handschuhe mit einem Stand in Auge gezeichnet. Ich war verloren, als ich in die Stadt kam. Ein Feigling, ein Säufer. Ich dachte alles, was mich würde... Würde gemacht hat, sei von der Annis Vettel zerstört worden. Und dann hat Marina mich gefunden. Geholfen mich an die Grundsätze zu erinnern, für die ich einst gekämpft hatte. Ehre, Mut, Pflicht. Sie hat mich zurück zum Helm geführt. Das Leben gerettet. Nun hat meine Retterin, meine Freundin Schmerzen. Eine Vettel hat sie verwünscht. Dann hat sie im Körper eines Schafs eingesperrt. Es war meine Aufgabe, sie und die anderen zu beschützen. Und ich habe versagt, wenn sie stirbt, werde ich ihr bald nachfolgen. Ähm... Vettel und ihre Scherken sind von Natur aus Lügen und Betrüger. Das ist keine Entschuldigung. Ich weiß, was sie sind. Aber trotzdem, ich habe den Dragonborn mit ökeren Armen gelesen. Marina war richtig über dich. Danke. Danke... ... für sie zu retten, wenn ich es nicht konnte. Helm für dich. Ich habe die Zeichen verloren. Klett hat neue Leute, nette Leute kennengelernt. Sie haben nicht gedacht. Da ist Klett ihnen von den Rotkappen erzählt. Und den Ratten und in der Vettel. Er hat endlich Freunde gefunden. Der Vermieter ist wütend. Er sagt, die komischen Dinge passieren nur wegen uns. Aber das stimmt nicht. Der Vermieter ist das egal. Wir müssen gehen. Meine Freunde sind traurig. Darum ist auch Klett traurig. Klett will helfen. Klett hat ein Haus gefunden. Es hat im alten Galo gehört. Nicht mehr drin. Meine Freunde sind richtig glücklich. Klett bedankt. Das hat Klett gut gemacht. Klett ist glücklich. Eine Holzluge. Oh. Ähm. Hups. Jaha! Das sind noch mehr Fallen. Geh mir das Werkzeug. Klar ist es hardly a challenge, alter. Reiß dich drüber. Throw Gift. Da ist ein Brief, oder? Ein Gruß an die neuen Bewohner. Deine ganze Welt mit größten Grüßen, Hallo. Krass. Gados Ruhestandsplan. Scheiße, jetzt habe ich es eingesammelt. Auf einen Baum klettern, wirklich außergewöhnliches Butterbrot essen, den ganzen Tag mit Lesen verbringen, Tiefwasser besuchen, eine Massage erhalten, Gionta schwimmen, einen neuen Mandel kaufen, eine Katze zulegen. Ahnung. Ahnung. Kerze. Ahnung. Achso, ist nur ein Roman. Okay. Aber warte mal, warum ist da hinten eine Marmorplatte? Oder wäre das das Ding gewesen, um alles zu entschärfen? Warte mal, wir haben ganz schön was abgerichtet ey. Okay, die soll beim Ding sein. Hier. Rette. 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 Wanderer. Loram. Basilisken Tor. Wege der Tor. These boots are made for walking. Drastelmurya. Da ist Laura. You asked. How many times do I need to say it? You sent words about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just... Forgive me, why are you here? Is this some kind of sick joke? Do you have any idea what I've been through these past few days? He said Laura, neule Tochter verschwunden. Yes. Her name is Vanra. Stupid useless fist. Said she had a lead. But she must have been stuck in tree mist or something. Madam, tell me. She... You said... She was... Taken from a tavern? You catch the barest tendrils of magic coiled around the flaming fist. Yes. The blushing mermaid down by the docks I told you a hundred times why aren't you listening? You sent nothing a mess. What is happening? I feel like I'm going mad. Habt ihr nach eurer Tochter gesucht? Ich helfe euch, eure Tochter zu finden. She will. Thank you. I haven't slept to her since she disappeared. I'm terrified something has happened to her. Her name is Vanra. She's seven years old. And has red hair. Like me. We were in the blushing mermaid when she was taken. Just up by the docks. Is there anyone behind you? No. Unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. I was sober though. I swear. I stopped in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Thank you. I'll go home. I can't stop around these idiots anymore. Come find me. The moment you hear anything. Can I die nicht auch einfach davon befreien, wenn der mich Besuch brechen macht? Oh. Okay, die eruderte Nixe. War das hier? Uh... Ne... Ford. Wo? Vog Wim. 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 They were in La mindрок rel ا rêve. Wim. 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 fünf tage aber es war so ein bisschen zu viel langsam weil du kommst du in die stadt und du bist einfach erschlagen alter von millionen von aufgaben ich glaube das hat so ein bisschen so mich ein bisschen raus gerissen aber jetzt wo die so nach und nach abarbeiten geht es vor ein bevor man an die richtig großen augen aufgaben angehen wie kassadour und so weiter nee das ist schars liebkosung gewesen ach ja stimmt die alte hat er beim ding sagt warte strand schauen wir mal was passiert wenn wir das schon merken ich bin mir noch enttäuscht von müthera ich meine ich fand ihr gesicht einfach scheiße wenn ich ehrlich bin also mit diesen riesen klubschern und und schon fast zu großen mund aber jetzt haben wir schon jemanden dem wir die krone geben können woher hafen dann für eine münzg im kontor da oben gleiche elf fennig fuchs die nächste ok da hinten müssen ich habe irgendwie die andere im kopf kopf aber die hat ganz auch nicht heißen reden wir mal mit dem für das feuerwerk ne der war es oder findest du da fetter und so aber die haben beide solch sturmküsten waffen kommen protection friend what am i saying everyone is in need of protection don't be shy this armor can keep you alive if you're sitting here with me rüstung der agilität geschicklichkeits modifikator und zu außerhalb wirkt diese rüstung einen kein nachteil bei heimlichkeitsattribut von regnungshof 2 5.000 ritter rüstung schwer the way i see you've got the folk who invest in quality armor and you've got the corpses you try to play it cheap achso das steht da im gebührsteiger was versetzlos hatte ich auch einen spruch oh eine die wohl nicht ja ja ich weiß was abgeht der volltreffer nächstes war einen kritischen treffer das war ein auge wenige das ist das für ein für ihn plus den umhang den ich ihm immer noch nicht gegeben habe was mir gerade einfällt pflegel der zeit alter je nach schaden sah den diese waffe bewirkt außerdem ein der folgenden ist heute und er kühlt und brennt das wirkt gut wenn du es einsetzt es ist nachts besser wie doch plus 10 ich will den bogen haben ich wollte gerade sagen da fehlt da nicht einiges du hast doch einen haufen zeug kassiert den scheiß können sie haben was ist denn das da kristallinsel selonidenrohbe oh das sind die kristalle topas peridot diamant 200 silberbahn goldkelch jade popo wurmschlund schild der abschirmung wenn dich den gegner mit nahkampf angriff trifft kannst du deine reaktion verwenden um den gegner umzustoßen haben wir das nicht weg damit hammer der gerechten gleißenschaden rattenschlägel angriff gegen tiere sind im vorteil langschweck plus eins kann auch weg fauliger tumor so so dann so oh hoppala wie drohler ist fauligem tumor hä ah er ist mit seinem ding auch wieder da so muss ich wieder schauen wo war denn der umhang habe ich denn dem schon gegeben das 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 Für einen kritischen Treffer, andere, sondern auch weniger. Sehr gut. Äh, wo ist der Bogen hin? Bin ich jetzt ganz so beschucke? Da ist der Bogen. Naja, auch Gleisenschaden. Senkender Strahlschuss. Mhmmm. Plus 12 Angriffswürfe, Initiativwürfe, Wahrnehmungswürfe. Okay. Die Eingesponnen, Verstrickter, Gefesselt werden. Mit Waffenlosen Schlägen zusätzlich Schaden. Wasser. 1-4 nekrotischen Schaden. Giftschaden. Wird da was anders. Kann ich blind werden. Jetzt nicht zu resten. Ah, 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 ah. Wird eigentlich Enki fliegen, so wirkt er ein... Ach so. Magian das Bonusaktion. Hat mir nicht auch was, wo wir weiterlaufen können oder so? Ist der Diadem. Wie schaut's bei dir aus? Du hast bloß die Unstizial, Helm. So, die können ja nichts anhaben. Wiederbeleben kann der... ...belebende Hände. Oh ja, das ist ja eigentlich was, was... ...ich wem anders geben sollte. Ich kann nicht nur noch lange bleiben. Ich muss noch lange lange bleiben. Keine Rüstung und keinen Schildrecks. Wow, das ist genau das falsche für sie. Ja, warum zieht sie jetzt so wenig ab? Und ich kann ihr noch einen Ring geben, sehe ich gerade. Ich muss weitergehen. Okay, was jetzt? Wie viel weiter kann ich gehen? Ich kann nicht mehr. Ich muss weitergehen. Zauberzubehör? Achso, das ist das Ding. Genau, wir sind daher und dann nicht mehr weiter, ne? Gemischt war ein Bienenstock. Haus von Regenmölk. Sollte hier nicht irgendwo die Nüchse sein oder so? Warte mal, ist das das Konto? Ah ja. Der Büchernacht. Schauen wir mal, was im Briefkasten ist. Bekanntmachen zur Kanalisation, blutige Nachrichten. Auf uns steht der aufgeregte Hand geschrieben. Ihr mischt euch in Dinge an, die euch nichts angehen. Böhm, Böhm. Hä? Aber... Soll ich da nicht rein? Ach nee, Alexander Regenwald ist da. Hä? Oh, das mit der Vettel ist ein Stück weiter. Aber trotzdem würde ich da gerne rein. Kommen wir über das Dach rein? Kippischwarn-Typ. Was machst du, Freund? Ich habe Grub, Potions, ein paar schöne Vintages. Die sind jetzt in der Hand, bevor jemand mich rauskommt, um ihre Lade zu füllen. Lass sehen, was ihr habt. Ja, ja, ja. Kennen wir schon. Uh, Drang der höchsten Heilung. 237. Zwei Stück aber. Wäre der unsichtbar Klassenaktion. Egal. Ich will nur nach oben. Ich will schauen, ob ich irgendwie aufs Dach komme. Da komme ich raus, sollte ich auch hochklettern können. Hm. Gratulation und eine Überraschung. Liebe Bubbles. Fassend, dass mein großes, kleines Mädchen jetzt tatsächlich selbst ein Kind hat. Steinauge besuchen, sobald ich sicher bin, dass mich die flammende Faust danach wieder durch das Basiliskentor einlässt. Noch ewig bei dir rumlungere, wenn du nicht um ein Neugebäuse kümmern musst. Warst du überrascht, dass es auf den Umschlag ein klingelt, als du ihn nahmst? Kauf dir die Romara eine kleine Mütze und eine Tüte drauf und sag, ihr siehst von Pop Pop. Okay. Ist auch voll der Rüst drin. Müssten wir wieder Kisten sammeln. Komm, das könnte man einfach aufmachen. Kann irgendwer da hochspringen? Herr Lassal, du bist doch echt gut im Springen. Herr Lassal, du bist doch echt gut im Springen. Kann ich die eigentlich erklettern? Kann ich die eigentlich erklettern? Kann ich nicht. Hier, nimm mal die blöde Kiste. Ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Wir haben die Kiste. Äh. Äh. So. Jetzt aber oder? Scheiße. Jetzt aber noch eine zweite Kiste. Oh, du hast noch eine. So. Was macht denn da so? Oh, fuck you. Oh, fuck you. So. Und. Okay. So. So, kann ich es sagen. So wird es eben. Keine Hörer. Schau nach vorne. Ich wundere, ob die Gäste mich betrachten. Okay, Tieren labern. Hallo, hallo. Oh, bist du der neue Cheese-Dropper? Ich hoffe so, aber ich bin fast zu den letzten Krummen. Alexander war sein Name. Mit diesem roten Mann. Ein Dwarf. All dressed in red. Er schreit und hat Alexander nahe. Und dann war Alexander schreit und kämpft. Und bald war er auch in red. So viele roten Schrauben fallen aus Alexander. Sie sahen wie Salz und Rast. Sehr gut. Eben besser als Cheese. Geh weg. Um mehr Menschen zu roh zu machen. Und um ihre leckersten Schrauben zu spüren. Geh weg jetzt. Dein leckerer Schmuck macht mich auf deine Schrauben. Aber es wird verrückt, dich zu bieten. Was hast du gedacht? Ich stelle diese Erkundung. Die Unterstadt. Kurzbogen. Getrocknete Würstchen. Döllenbaum getötet. Alexander Regenwald getötet. Die anderen noch nie. Gehen wir erstmal rauf. Heute Abend. Kumpel, wir machen uns Sorgen um euch. Ihr seid zutiefst in der Verschwörungsunsinn abgetaucht. Und mal ehrlich. Das macht euch langweilig. Heute auf einen Humpen. Die singende Laute. Im Sonnenuntergang kommt lieber. Sonst müssten wir euch holen kommen. Es gibt keine Garantie, dass wir da nicht standen. Verrottet Stück Durenpult Käse. Käseliste? Erfolgreicher Käse. Rot, Weiß, Gelb, Würzig. Erfolgloser Käse. Geräucherblau gewachst. Oh. Na gut, dann gehen wir mal in die Duke. Aber warte mal. Oben war doch noch ne Ratte. Oder ist das die Ratte gewesen? Ne, das war schon die Ratte. Die Türen-Kate. Also die Ratte der Katte. Er ist ein Träger thinker. Ich bin näher und guckt. Es gibt die Türen. Wohne die Türen. I will nicht, dass die Türen, die Türen-Kan-Thäulen. Atem in Flasche, will ich in die Schrift holen? Atem in Flasche? Winfried Regebald, abgetrennter Nabendfluss Lesen Welchen Nutzen hatte sein Stolz? Er hielt sich für einen Drachen, aber starb wie ein Wurm Darunter steht eine übertriebene Unterschrift Verfass den Blutohr in die Rote Das verbitterte Pergament, dieser Schriftbräue bröckelt und bricht Großteil des Vereinheitses ist nicht mehr lesbar, die scheinen zu beschreiben Wie eine Verzauberung zu brechen ist, die einen mächtigen Drachen in die Dienste eines anderen gebunden hat Wow Wow Die haben immer so viele Kisten und Sachen, Alter, aber die bringen doch immer alle nix Hä, warte mal Warum ist jetzt... Ach, die Tür hat es aktiviert, kann das sein? Toll Überwachungsnotiz Nachricht an Alexander Legenball Also gut, meine Leute beobachten diesen Grabsteinladen jetzt seit einigen 10 Tagen Ne, wirst Leute in einen langen Mäntel reingehen, aber kaum jemand wieder rauskommen sehen Merkwürdig, der winzige Laden müsste längst aus allen Nähten platzen Übrigens eure Pauschale ungefähr einen 10 Tag gereicht Wenn ihr mehr auf Zeit aufbringen wollt, müsst ihr zahlen Alles Gute, Rohr Mondglück Besitzverzeichnis Von Carolas Grabsteine Hat Generationen lang als Carolas Bestattungsarrangements Besitzerfamilie Carolo Caruhollo existiert, versucht Namensänder nach Übernahme durch Lenin Carolo Neue Außendarstellung, wir tun was wir am besten können, Leute schnell begraben Keine Müssen auf Zahlen, wird einfach gezahlt Laden ist seit Monaten kein Grabstein verkauft Wie das? Augen zu einem grösses Bubble-Krise Bücherei Brief aus Kerzenburg Natürlich zum Grabsteinladen Einige deuten auf den Laden Carola Hollows Grabstein hin Weswegen ich beschlossen habe, ihn an meine freie Zeit auf verdächtige Aktivitäten hinzubeobachten Merkwürdiger Lage Mit Caruhollos Hauptgeschäft ist in Ostweg scheinbar nichts zu tun zu haben Tatsächlich verkauft er offenbar gar nichts Einziger Jungspund hüttet den Laden und sieht gelangweilt aus Ansonsten gibt es nur sparodisch Kunden, die manchmal stundenlang drin verweilen Wenn sie rauskommen, sehen sie irgendwie verändert aus Ich könnte schwören, dass einer beim rauskommen zwar die gleiche Kleidung trug, aber ein anderes Gesicht hatte Ich muss aufpassen, die Ladenhüter könnten mich bereits bemerkt haben Ich werde die Verwachen nur noch ein paar Tage lang fortführen Das ist Steinbauer Ah fuck you Schluss zur Regenwalztruhe Welche Regenwalztruhe? War die da verschlossen? Mönlich habe ich es nicht mitbekommen, weil ich es einfach aufgemacht habe Aber was bringt mir denn der Hauch eigentlich? Einmal wünschlos zu wirken, ah ok Hm Einmal gelder Pfinnigfuchse Reiche 11 Ballos Ohrhofen Hm Jetzt würde ich das mit den Grabsteinen gerne sehen Schauen wir mal was bei den Bücherfuzzi drin los ist Zeig, was wir haben Ach du Scheiße, was ist das da? Die Dummheit und der Niedergang Die Dummheit und der Niedergang Die Dummheit und der Niedergang Henk Haus Aus Jawab Florenz Fluminister Es hat nie wie welche Fushi heranklingen Sanfter Hank Das wird mir noch nicht mehr zahlen gekunden Das hast du drücken sein Hä? Hä? Du musst uns entschuldigen Meine Lieblings und ich Okay Bist du die Bartussi? Schau auf, Saude Okay Ich mein, ich war jetzt auch nicht freundlich, aber ja, egal Geh mal da hoch Bankwächterin Schluck auf Bohrturn Da Zu errutschenden Dixit Bo's und Garnet No pissing or shitting If you break it, you pay for it Any fighting and Captain Grizzly has sank you Got it Ähm Ich bin wegen, dass ich schon im Mädchen sehe, warte mal weggehen Das muss unser Charisma Bolzen machen Ähm, wer hat zum Messer gegriffen? Woman, Lara, Laura, whatever her bloody name is She was screaming her head off about some kid Tore the place apart Bloody disturbing Captain Grizzly had to clock her in the end Threw her out on her arse Good riddance Hm If you had to choose The rat one Or the blonde one Which should I Which would you choose Äh, roll Okay Kann ich da rein? W dw Abweb W behavi W W kara